Ja moin Leute, was geht heute Partie um? Battlefield 1, ich hoffe ihr werdet Spaß haben. Er hat schon 2 kills. Er hat schon 2 kills. Krass. Werde ich revived? Barthas! Werde ich revived? Danke! Oh, ich hänge fest. Ich weiß nicht woran, ich hänge fest. Ich hoffe das Zeug nützt Gott. Bist du verletzt? Ich bin halt wirklich schwerer Gecker. Erste Hilfe! Let's go! Wir haben ein paar Lachen am Stil. Ich fliege dich zusammen. Da! Fass ich jetzt einen Täter! Ja! Ja! Yeah! Ja! 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 Ich bin lol. Ja! 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 Okay, rechts waren Schüsse, sind beide keine mehr, aber hier ist ein Dicker, einer hab ich, da war noch einer, da drüben, Speer, er ist der Hilfe, nimm's schon. Okay, den hab ich. Wir haben die Taube freigegeben. Hallo. Erste Hilfe, greift zu! Ja, Gott, komm her! Hm. Das ist ein Sturmverdacht. Was kann denn der jetzt werden? Dankeschön. Ich hoffe du hast überlebt. Nice. Ja. 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 Die Runde ist wirklich hart, sorry wenn ich wenig rede. Aber naja, ist halt echt ein bisschen ein harte Fight hier. Der Feind hat die Taube freigelassen. Erste Hilfe, greift zu, Mann! Mist. Schade. Wär auch zu schön um da zu sein. Probe nicht. Wir haben die Taube gewonnen. Nein, überlegt er. Ja, überlegt er. Ja, jetzt überlegt er. Oh, der hat aber jemand aufgeräumt. Ja, wir sind jetzt echt extrem wenig, wir sind hier nicht ganz echt wirklich stark hier. Der Feind hat die Taube gewonnen. Ich sehe nichts. Und wir in der toten Leiche gespawnt. Das ist hart. Schade. So. Hier, er ist der Hilfe. Er ist der Hilfe, greift zu. Der Armbrust hat mich am Ende. 39,12 und der erstplatzierte 69,12. Ja, leck mich am Arsch. Ja, richtig ab, der Bub. Aber der Run hat echt Spaß gemacht. Von dem könnt ihr was lernen, glaube ich. Von mir weniger, so wie es aussieht. Nein, Spaß. Ja, Leute. Jetzt muss ich nachkommentieren, nicht Depp. Ich wollte nur sagen, tschüss und noch einen schönen Tag. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, hatte ich ein bisschen Prominenz im Squad. Aber das ist ja Zufall. Ich kenne nicht persönlich oder sonstig etwas. Ich habe auch nicht wirklich mit ihm zusammen gespielt. Wir waren auch nicht zusammen auf dem Test. Also nicht, dass hier irgendwas... Und der war einfach nur dabei. Und hat Spaß gemacht, mit dem Geil zu spielen. Und dann hat er auf einmal gemerkt gehabt, dass die Gegner zu tun hatten. Und das erleichtert auch einem selbst das Leben. Und deswegen, vergesst nie das Teamplay, denn das Team gewinnt das Spiel. Und nicht du alleine. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao.